Bereits seit 2004 engagieren sich Volkswagen-Autohäuser in Deutschland mit der Spendenaktion Helfen Sie uns helfen und unterstützen damit karitative Einrichtungen. Für jeden verkauften Verbandkasten wird 1 Euro gespendet. Diese Aktion ist ein soziales Projekt, bei dem alle Beteiligten profitieren. Mittlerweile im dritten Jahr wird diese Aktion zugunsten der Peter-Maffei-Stiftung durchgeführt, die mit den Spendengeldern, Benachteiligten und in Not geratenen Kindern hilft. Mit Begeisterung ist Peter Maffei überall dort dabei, wo es um den karitativen Zweck der von ihm gegründeten Stiftung geht. Hier und heute wird ein weiterer Meilenstein der Kooperation von Volkswagen und der Peter-Maffei-Stiftung gesetzt. Also ich bin überwältigt von der Akzeptanz des Projektes. Das, was ich heute gesehen habe, hier erlebt habe, bestärkt mich, mit diesem Projekt weiterzumachen. Es ist ein Projekt, was allen hilft, die Kunden unterstützt und vor allem an erster Stelle natürlich die Kinder, die benachteiligten Kinder, die durch diese Spende von uns heute, auch durch die Arbeit der Peter-Maffei-Stiftung profitieren und denen damit nachhaltig geholfen werden kann. Wir werden regelmäßig über den Fortgang der Entwicklung der Projekte berichten, sodass auch die Öffentlichkeit wahrnimmt, wie sie in welcher Geschwindigkeit und mit welcher Effizienz das passiert. Danke vielmals. Die diesjährige Verbandskastenaktion ist zu Ende gegangen und hat wiederum zu einem hervorragenden Ergebnis geführt. Gemeinsam mit Volkswagen konnten wir der Peter-Maffei-Stiftung einen Scheck von über 318.000 Euro überreichen. Zu diesem großartigen Erfolg möchte ich allen Volkswagen-Partnern herzlich danken, denn ihrem sozialen Engagement und ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass dieser Erfolg überhaupt so zustande gekommen ist. Die Aktion läuft weiterhin bei den Volkswagen-Autohäusern in Deutschland. Von nun an sind auch Wahn-Dreiecke und Wahn-Westen neben den Verbandkästen in die Aktion mit aufgenommen worden. Von nun an sind auch Wahn-Dreiecke und Wahn-Dreiecke und Wahn-Dreiecke.